Hey, Huvix, jetzt hier zu einer weiteren Folge von HRGZ oder We Were Here Too. Wir wissen nicht, ob wir es durchspielen werden, aber es kommt in der HRGZ-Reihe. Glaube ich. Wenn nicht, ignoriert das. Vielleicht wird es ein extra, die ganz kurz LP, dann kommt es nicht zu HRGZ. Ich weiß nicht, wie lange es ist, also ja. Ja, wir schauen auf den Fall und wir überraschen euch. Überraschen. Wir überraschen euch mal. Hä, wieso bist du raus? Ja, weil ich nochmal in die Einstellung musste, weil du kannst das in der Lobby nicht einstellen. Kannst du mir nicht nachjoinern? Nein, kann ich nicht. Ich kann dich nicht einladen. Ja, dann mach nochmal eine neue Lobby. Boah, dann muss ich halt nochmal die Lobby machen. Das ist das Hauptmenü, falls ihr euch gefragt habt. Boah. Ähm. Cool. Ja, ne? So, Invite a Friend, Hodentransplantat, Luca. Ich hab abgelehnt. Ah, du Peasant, du. Oh Gott. Fuck. Play from the start. Ready. Nice. Wer macht Nummer 1? Was macht denn der Lord und was macht denn der Peasant? Ich hab keine Ahnung. Schauen wir mal. Oh fuck. Ich hab dich ingame. Ja, 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 ja. Mute dich mal im Discord. Ne, warum? Ja, ich... Ich mach dir eigentlich den Ton einfach mal mit dem Spiel aus. Ja, keine Ahnung, weil das Mikro braucht man ingame. Alex. Ja. Wir sind hier in Discord. Entspann nicht. Ja, er hat aber am Anfang vom Bildschirm gesagt. Ah. Vom Bildschirm. Ja, weil man das auch mit random Leuten spielen kann. Ja, gut. Du kannst einfach irgendeinem Mitch joinen. Ja, gut. Mach wiederum. Waiting for other player. Other. Other. Waiting for other player hab ich jetzt auch. Oh. Lol. Ja. Okay. Anschauen. Nichts geben, okay. Shhh. Hä? Hä? Boah, Alex kann nicht mehr. Alex, müde. Wir sehen nix. Oh, hell. Alex muss Eier machen. Fussspuren. Hä? Hä? Guck mal, der hat Orangensaft. Ui, leucht so schön. Sieht hart gay aus. So wie du. Okay. Flacker, flacker, flacker. Krass ist zugefallen. Wir müssen machen mit Telefon. Okay. Oh, lecker, Dürr. Oh, lol. Haben wir jetzt ein unterschiedliches Ding? Ja, natürlich. Darum geht's doch bei dem Spiel. Ah. The fuck. Okay, dann spielen wir es einfach so und einmal so durch. Wieso kaufst du eigentlich ständig Spiele, ohne dir anzugucken, was das ist? Weil ich die Gumball einspielen möchte. Okay. Es reicht mir nur zu wissen, welche Genre. Brrrr. Brrrr. Hat die Tür gemacht. Oh, 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 what the, what the fuck ist das für eine Sensitivität? Ich denke mir auch gerade, hui. Alter. Warte, kann ich das nochmal umstellen? Ja. Gameplay. Oh, Alter, what the fuck. Das ist bei mir schon fast am Minimum. Bei mir auch. Okay, jetzt geht's aber. Ist zwar noch immer hart gay, aber es geht besser als nix. Oh. Ich muss mit meiner Maus zum Glück umstellen, aber ja. So. Ich bin im Raum alleine gespawnt, ne? Äh, ja. Hallo. Ich höre dich über das Radio. Hallo. Ähm, leuchtet das bei welcher Taste machst du das? Ein rechter Mausklick. Warte mal, Luca, okay. Ich habe eine Tür, die ist zugesperrt. Warte mal. Äh. Ja, warte. Äh, wo? Was? Ich habe mich hier noch gar nicht umgeguckt. Ich habe hier, was habe ich hier? Ich habe ein, zwei, zwei Särge auf der linken Seite und rechts ist nix. Ich habe in der Mitte so eine Konsole, so ein Altar. Dahinter ist so eine geschlossene Tür. Ne, ich habe nur zwei, zwei, ich habe zwei geschlossene Türen. Ich habe eine Tür, ich habe hier Knöpfe. Ich habe ein Altar, zwei Altar, Altar. Ja, ich kann hier so eine Kombination, glaube ich, eingeben. Ähm. Mit komischen Symbolen, drei Symbole brauche ich. Symbole, okay. So ein S zum Beispiel. Warte, warte, warte. Ein S, so ein komisches S mit vier Streifen an den Seiten. Ja, ich sage dir mal einfach die Symbole an, wo keine Särge drin sind, okay? Watt? Ja, ich habe drei, ich habe quasi drei Aussparungen mit Särgen drinnen. Ja. In der Wand und drei ohne Särge. Ja, dann mach mal. Das erste. Machen wir erst die mit Särgen. Die mit Särgen zuerst, okay. Soll ich von meinem Spawnpunkt aus die Reihenfolge sagen? Ja. Okay, als erstes so ein Männchen mit zwei Tischtennisschlägen in der Hand. So ein Männchen mit zwei Tischtennisschlägen. Oder halt einen Kerzenständer, so schaut es halt aus. Ähm, warte? Mit einem Dreieckskopf, so ein ungedrehtes Dreieck. Nein, so wie ein Kerzenständer mit drei Köpfen oben. Ah, das ist bei mir der mittlere. Ja. Ah, das ist der mittlere. Da habe ich zwei, die so aussehen. Äh, sind die Tenniswege eckig oder rund? Alle drei sind rund. Okay, alle drei sind rund. Hm. Ja. Das wäre der erste mit Särg. Und der zweite mit Särg wäre das S mit den Streifen auf den Seiten. Das ist mit den Streifen. Ja. Ja, und dann das letzte mit dem Särg wäre die Sonne quasi. So ein Strich in der Mitte. Ja, es schaut, es hat so wie ein X und ein O ineinander und es hat dann noch so einen Strich durch die Mitte mit einem Kopf oben drauf in der Mitte. Ja. Das ist der letzte mit Särg. Volltreffer. Eine Tür ist offen. Die andere ist aber noch immer zugesperrt. Ja, ich habe nur eine Tür. Ja, gehe ich jetzt durch. Kommst du weiter? Ich komme durch auch. Ja. Okay, gut. Alter, ich habe hier einen Türenraum als das Nächstes. Und in der Mitte ist das Hauptmenü. Das wir im Hauptmenü gesehen haben. Okay, ich habe so einen Dome. Hast du Kerzen irgendwo? Weil ich habe jetzt Kerzenrätsel, glaube ich. Ich habe Kerzen in der Mitte von dem Raum aufgestellt. Soll ich dir sagen, wie die ausgerichtet gehört? Ich kann, glaube ich, gar nichts mehr. Ich kann die an- und ausmachen. Okay. Sind bei mir alle an. Ja, das kann es ja kaum sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kerzen. Ja, kannst du dir irgendwas anders machen, außer die Kerzen aus- und einmachen? Ja, ich kann die an- und ausmachen. Alter, ich kann es lesen. Warte. My love for you burned with the intensity of a thousand suns. Your beauty shines as bright as the light of the stars and the colorful... Also, and as colorful as the... Boah, das ist halt so in Schreibschrift geschrieben. As the... Ja, ich habe hier auch ein Buch. Roses in our garden. Love your forever bee. Ah, das ist nur ein Gedicht und das sind die Rosen. Dear bee, I have... I have never been as happy as happy as my life as a... Ich habe zwei so Wandteppich-Dinger. Einer in rot, einer in blau. Mit komischen Symbolen drauf und so komischen Anordnungen. Die habe ich auch. Ja. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ah, hier ist noch ein zweites Buch. Hm. Ich habe auch einen mal mit rot, einmal mit blau. Ich habe sehr viele Türen. Ich kann mal probieren, an jeder Tür zu ziehen, ob die irgendwas sagen. Ja, ich habe nur eine Tür. Oh, lol. Ich kann dahinter schauen. Bug gefunden schon mal. Okay, ich bin ja hier durchgekommen. Fange ich mal hier an zu ziehen an den Türen. Das Buch ist echt behindert geschrieben. Ja, das müsste noch mal so ein Text drüber kommen, wo der Text noch mal steht. Ich habe hier eine Kiste, die verschlossen ist. Aber ich glaube, das Buch ist auch nicht die Lösung. Okay, die Kiste ist verschlossen. Hier geht es noch mal nach unten. Hier geht es auch nicht auf. Die kann ich nicht mal anklicken, die Tür. Die ist versperrt. Die könnte ich anklicken. Nee, ist doch nicht versperrt. Ah, ich muss auf die Türgriffe greifen. Oh, Mann. Das ist schwierig, wenn man nichts sieht. Okay, die Tür kann man nicht haben. Ich habe noch eine Tür gefunden, wo ich runtergehen kann mit einem zweiten Buch. Oh, warte. Ich habe irgendwas, wo ich einen Timer aktivieren kann. Da ist jetzt das Licht an, zumindest. Und irgendein Buch mit dem Tower in der Mitte bei mir. Warte mal. Vielleicht hast du gerade das Rätsel auf deiner Seite und ich mein Rätsel auf meiner Seite. Ich habe auf jeden Fall ein Rätsel, was ich aktiv lösen muss. Mit diesen komischen Kerzen. Ja, das mit den komischen Kerzen, das habe ich das Buch dafür. Was? Ja. Ich habe doch gesagt, eins, vier, zwei steht in der oberen Reihe und unten in der zweiten Reihe steht sechs, vier und drei. Ja, aber das sagt mir überhaupt nichts. Eins, fünf, zwei und sechs, vier, drei. Ja, aber was wird es euch damit machen? Ja, die sind in einem Kreis angeordnet mit der Nummer. Ja, aber wo ist eins? Eins ist quasi... Ich kann dir sagen, was am ersten... Meinst du, wie bei einer Uhr oder was? Nee, ich kann dir sagen, was ungefähr... Es ist halt quasi so angeordnet wie ein Sechseck. Quasi. Wo die Spitzen oben und unten sind, ne? Ja. Ganz oben bei der Spitze ist die fünf. Ja. Dann daneben, die rechts daneben, gehen wir weiter mit dem Uhrzeigersinn, ist die zwei. Ja. Dann darunter ist die drei. Ja. Dann unten bei dem Spitz ist die vier. Ja. Dann links unten ist die sechs. Ja. Und dann oben links die eins. Dann sag mal in der Reihenfolge, wie ich die andere Uhr mache. Also oben links, dann wo ist die zwei? Rechts oben. Rechts oben. Die drei ist rechts unten. Rechts unten, ja. Vier ist... Vier, warte, ich muss nochmal reinschauen. Vier ist unten. Fünf ist oben. Fünf ist oben. Und sechs ist links unten. Ah, ich habe jetzt... Bei mir sind bei den Wandteppichdingern die Gitter weggegangen. Ich kann da jetzt irgendwelche Sachen... Bei mir leuchtet ein Banner. Beide Banner leuchten jetzt bei mir. Ja, bei mir leuchten die Dinger jetzt auch auf. Vielleicht ist wieder eine Tür aufgegangen. Ich kann jetzt an den Wandteppichdingern irgendwas rumklicken. Ich glaube, da muss ich jetzt so eine Fahrt markieren oder was auch immer. Okay, du musst das bei den Dingern machen. Ich schaue auch mal, was ich hier machen kann. Ich kann dir gar nichts machen. Also ich muss warten. Ah, ich kann ein Symbol bauen mit den... Ich brauche ein relativ komplexes Symbol von dir. Ah, vom blauen Text. Okay, vom blauen. Sag ich dir mal an. Zum Beispiel? Links oben und Kreis. Was? Also es ist halt so ein Kreis links oben. Rechts oben ist quasi noch ein Kreis. In der Mitte ist ein Kreis mit zwei Kreisen. Also einer, ein großer, ein kleiner in der Mitte. Dann geht so ein Schwanz runter mit einem Pfeil am Ende. Und in der Mitte ist noch quasi so ein komischer Haken. Einfach nur so... Keine Ahnung. So ein Durchstrich, wo das linke Ende hoch geht und das rechte nach unten. Ich glaube, warte mal. Das ist das blaue Symbol. Das blaue Symbol von oben angefangen. Rechts, links zwei Kreise. Dann etwas weiter unten in dieser komische Kreis mit einem kleinen Kreis in der Mitte. Ja, das ist so durch den Ufer. Die beiden äußeren Kreise sind durch den Ufer. Ja. Da geht ja so ein J runter mit einem Pfeil am Ende. Ja. Und in diesem J ist so ein komischer Strich mit zwei Schrägen. Genau. Gut, das habe ich jetzt wieder gemacht. Dann brauche ich jetzt das Rote. Das fängt an mit so einem komischen X im Kreis unten. Ja. Das geht dann hoch durch, streicht ein... Ganz oben ist ein U, wo quasi noch der Strich durchgeht von ganz unten. Ja. Dann darunter ist einmal ein Strich, der quer durchgeht. Ein bisschen länger. Und darunter ist einer... Darunter ist knapp halt noch einer in der Mitte. Ah, nicht in der Mitte noch. Also da... Ja, mach weiter. Unter dem etwas längeren Strich ist noch ein etwas kleinerer Strich. In der Mitte ist dann wieder ein ganz langer Strich mit zwei U's am Ende. Die so quasi so ein Euro-Symbol gespiegelt bilden. Ohne halt den zweiten Strich vom Euro-Zeichen. Äh... Ich glaube, das war es nicht. Machen vorne. U ganz oben, ne? U ganz oben. Mit einem Strich in der Mitte oder ohne Strich in der Mitte? Mit einem Strich in der Mitte. Also quasi so ein komisches W. Ja, so ein Euro-Zeichen. Genauso wie ein Dreizack, Alter. Ja, ja, okay. Dann... Unter dem U ist zwei Striche. Zwei parallele Striche, die so aussehen wie auf einem Elektrikplan hier. Ja, 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 genau. Okay. Oben der längere, unterhalb der kleinere. Ah. Dann das nächste? Kommt quer durch noch ein Strich. Das ist halt ein bisschen unter der Mitte. Wo nochmal zwei solche Euro-Zeichen am Ende sind. Ja, ja, hab's. Jetzt brennt bei mir der Kreis. Okay. Ja, bei mir auch. Nur was jetzt? Jetzt kann ich Symbole in diesem Kreis aktivieren. Ich hab die Kreise hier. Ah, die Symbole sind bei mir hier. Ja. Ich fang oben in der Mitte an, okay? Ich fang wieder auf 12 Uhr an. Das ist so eine komische, naja, fast Gewitterwolke mit einem Blitz drunter. Ja, ja. Rechts daneben ist so eine Zeituhr auf die Seite gelegt. Ja. Dann ist so... Die Ausrichtung ist, glaub ich, gleich. Ich muss die nur, äh, gleich aktivieren. Oder richtigen Reihenfolge, mein ich. Ich kann die anklicken. Okay. Richtige Reihenfolge. Wenn ich die anklicken... Bei mir ist so ein Symbol unten. Also bei mir... Also sind die auch nebeneinander, so wie bei mir quasi? Ja, in so einem Kreis angeordnet. Aber wenn ich mehrere anmache, dann brennt die Verbindung dazwischen. Als ob du so einen Strich dazwischen ziehst. Ach so, okay. Dann sag ich's dann nochmal an, okay? Das ist dann ein Symbol bauen. Dann von 12 Uhr quasi auf 6 Uhr. Ja, einmal gerade runter. Jetzt halt nicht ganz ne Uhr, ne? Ja. Ja, aber das passt schon. Dann gehst du rechts daneben. Äh, ja. Also quasi so... 4-isch. Ja. Dann halt auf 3. Ja. Dann auf 7. 7, ja. Von 7 auf 1 und halb, halt 2. Oben rechts halt. Ja. Von dem auf 9 Uhr. Ja. Und dann zu dem links oben. Äh, ja. Tür ist offen. Nice. Bei mir ist noch... Door ist locked. Vielleicht muss ich ganz zurück warte. Warte mal. Ich kann hier ja auch was machen. Vielleicht muss ich jetzt dir die... Oh Gott. Ich bin gestorben. Hä? Wie geht das denn? Mach mal links unten. Mach mal links unten. Äh. Noch am Boden. Gott sei Dank hast du direkt danach gespeichert, ne? Ja. Ja, jetzt wissen wir eh. Ja. Das wär's kacke gewesen. Waiting for other players. Ja. Mö. Ja, das hätte ich aus dem Gedächtnis auch mal wieder machen können. Das passt schon. Alles ob. Ja, easy. Ja, du, du. Und dein Gedächtnis. Also, scheiße, weil ich immer... Ich hab' gegessen. I'm for real. Okay, ich komm jetzt erstmal in die Richtung. Ich habe hier... Oh, ein Buch mit einem... Äh, Schalter daneben. Warte, ich muss es in den zweiten Raum finden. Was steht denn auf dem... Oh, what the fuck. Das kann man schon wieder nicht lesen. Ich leg euch nochmal den Schalter um, ne? Warte, hä? Wo bin ich? Also, hier bin ich. Okay, warte. Hast du dein Ding jetzt gedrückt? Ich weiß es nicht. Ja, du hast... Du hast dein Ding jetzt aktiviert. Ich weiß. Der Schalter ist... Ähm... Hast du gerade den Schalter umgelegt? Ja. Ich glaube, du hast mir gerade den Weg damit abgeschnitten. Ha. Also, du musst quasi so... Okay, warte. Oh, lol. Ich bin wo eingesperrt jetzt gerade. Hier ist ein Sacrifice Bank oder irgendwas. Hier ist ein komisches Kreuz an der Seite. Oh, ich habe einen Cube gefunden, Luca. Ein Companion Cube. Hier, ich habe drei Cubes gefunden. Ne. Ne, blödsinn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich habe ein Zeitablauf-Ding. Muss dich beeilen. Oh nein. Oh scheiße. Ich habe hier eine Art Kreuz am Ding jetzt. Das sieht so aus wie ein ausgepackter Würfel. Oben ist eine Art Kreis, wie so ein Kompasskreis. In der Mitte ist ein Fünfeck. Fünfeck? Du musst mir nur das Fünfeck sagen. Fünfeck ist in der Mitte von diesem Kreuz. Ich kann das nicht niederlegen. Wie schwul ist das denn? Warte mal. Rechts und links von dem Kreuz sind äh... Warte, Fünfeck. Fünfeck hast du gesagt. Warte, Fünfeck. Fünfeck. Ganz unten und in der Mitte. Fünfeck, dann ist nix. Hä? Ganz oben ist dieser Kreis. Ah, ich habe gerade verkackt. Okay. Ah, nice. Warte, Fünfeck. Meine... Ja, ich... Bei mir sind nur die... 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 Die Fünfecke oben. Maximal. Also ich habe zwei... Cubes mit Fünfecken drauf. Was ist geradeaus? Ist das so ein Steuer? Wie ist das geradeaus? Ich habe zwei verschiedene Cubes mit Fünfecken. Ich... Die haben zwei Dreiecke, zwei Fünfecke und so einen Kompass der Richtung Norden. Ja. Ist es der Richtige? Ach, so ist das. Ach so, die Fünfecke müssen gegenüber voneinander sein. Ja. Das Viereck ist gegenüber von dem Kreis und die Dreiecke sind gegenüber. Ja. Ja, der ist es. Mit dem musst du dann irgendwas machen. Ja, dann muss ich auf eine Altar legen. Ja, dann mach schnell. Ich bin hier leicht tot. Ich bin hier leicht tot. Dann hat er wieder zurückgelegt. Ich verstehe das nicht. Ich bin hier leicht tot. Ich bin hier leicht tot. Ja, aber mir... Ja, was soll ich machen? Ich lege den Richtigen drauf. Und ich bin der Masch. Hä? Ich verstehe nicht, was ich hier machen muss. Die Key ist Communication. Oh Mann, das ist wie so ein Rätsel, wo ich... Ist das the same answer, one or two is? Gut zu wissen. Die Frage ist, ob ich den Schalter hier unten an umlegen oder nicht, bevor ich losgehe. Wenn ich losgehe, löst nämlich diese Falle aus. Ich mach das jetzt mal nicht. Ich gehe jetzt wieder hoch. Das fängt gleich an. Der Timer. Ich bin noch nicht dort, warte. Wo ich vorhin war. Ja, jetzt. Ich muss nur gerade die Räume checken. Ah, die Tür ist aufgegangen. Ah, deswegen. Okay. Der Timer läuft. Ja, ich bin im Raum. Du brauchst wieder einen Würfel. Ja, ja. Es sind hier sieben Würfel. Ich meine anderen. Ja, ist der gone. Okay, ähm... Der Kreis ist gegenüber von einem Dreieck. Ähm... Es sind zwei Dreiecke. Also wieder, wie gerade eben. Ja. Ähm... Das Fünfeck ist gegenüber von einem anderen Dreieck. Ja. Und ein weiteres Fünfeck ist gegenüber von dem Viereck. Ja. Der ist es. Also sag nochmal. Kreis ist gegenüber von einem anderen Dreieck. Warte, ich hab den draufgelegt. Fuck. War falsch. Weil das Problem ist, Luca... Weißt du, was mein Problem ist? Ich hab einen Würfel in der Hand. Und es ist auf jeden das gleiche Symbol. Nur die Ausrichtung von den Dreiecken ist immer anders. Und von den Fünfecken... Du musst... Du brauchst anscheinend einen mit einem Symbol in. Ja, die sind jedes Mal die Symbole drauf, die du mir sagst. Auf jeden Würfel. Nur die Rotation ist anders. Ich hab zum Beispiel einen Kreis. Das schaut aus wie ein Kompass. Der zeigt nach oben. Dann ist da jetzt ein Viereck. Wenn ich weiter nach oben mache, ist ein Fünfeck, das nach unten zeigt. Ja, die Position hab ich dir doch gerade eben angesagt. Ja, aber es ist ein Würfel. Das heißt, ich brauch was, was drüber ist und was links davon ist vom Kreis. Drüber, drunter, links, rechts. Das hab ich dir doch gerade eben angesagt. Drüber vom Kreis ist ein Viereck. Links davon ist quasi... Nein, links von dem Kreis ist ein... Also, das rote Ding da vom... Er zeigt nach Norden, ja. Was ist da? Äh, Norden ist ein Fünfeck. Warte, ist schon mal falsch. Ich muss schon mal Würfel wechseln. Fünfeck Norden, okay. Das such ich jetzt mal. Ja, dann mach schnell. Fünfeck Norden, ja, hab ich eins. Links ist ein Viereck, rechts ist ein Fünfeck. Falsch, warte. Links ist ein Fünfeck. So, Norden, Fünfeck. Westen, Viereck. Osten, Fünfeck. Und Süden, Dreieck. Ja. Dann hab ich das gefunden. Na, dann mach schnell, weil ich... Ist gegangen. Ja. Okay. Dann der nächste Würfel. War's der nächste Würfel? Ich konnte aber wieder rausgehen. Ja, es geht weiter. Der Raum aber nicht. Ich muss jetzt den neuen Raum finden. Ja, dann... Der Teuer mal läuft weiter. Ich laufe gerade schon, ja. Ich weiß nicht, wo der Raum ist. Spiral, Staircase gedöhnt und die Stufen gehen nach und nach weg. Ja, was soll ich machen? Ich finde, ich hab den Raum noch nicht gefunden. Doch, da ist er. Ja, ich... Nächster Würfel, ja. Was ist im Norden? Ich sag das einfach... Ich sag Norden schnell, weil ich seh noch im Norden. Ich geh mal weiter nach Norden. Norden ist Fünfeck. Ja, das muss ich mal suchen, weil ich seh immer nur im Norden. Norden, Fünfeck. Ja, ich schau mal, wie viele Fünfecke wir im Norden mal sind, ne? Okay, ich hab die Zwei zur Auswahl, ja. Süden Dreieck. Ja. Äh, Westen Viereck. Ja. Osten Dreieck. Okay, das andere... Hab ich. Ja. Und das Letzte. Ähm... Ich suche gerade schon wieder. Muss erst suchen. So, nach dem Rätsel sollten wir den Part beenden, weil jetzt haben wir 25 Minuten. Ja. Äh, Timer geht schneller. Ja, ja, ich bin im Raum. Was im Norden? Im Norden ist immer wichtig. Norden, Osten Dreieck. Norden und Osten Dreieck. Ja, hab ich. Dann Süden, Fünfeck. Westen und Viereck, ja. Okay, hab ich gleich direkt richtig hingegriffen. Okay. Hab ich. Hui. Jopp. Gut, hat gespeichert. Sehr gut. Ich würde mal sagen, das war's dann mal für die heutige Folge. Ähm. Vielleicht. Ja, für die heutige Folge schon, weil wir sind bei 26 Minuten. Ja, ja. Also bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen und bis dorthin. Hui. Und das war ganz schön viel Gelaber. Ich bin schon drauf weit.